So Leute, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Elden Ring Shadow of the Earth Tree und wir machen da weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ich habe den komischen Holzdrachen gelegt beim ersten Versuch, wie immer ihr kennt es von mir. Wir haben ein neues Riesenkatana gefunden und ja, jetzt geht es direkt ins Spiel und wir machen direkt weiter. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, hier machen wir auch weiter. Die Frage ist, wollen wir jetzt erstmal hier noch das Gebiet erkunden oder was ist hier in der Sache? Ich weiß, was hier noch so rumliegt. Wir können mal ein bisschen nach oben gehen, um ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Ah, ein verbranntes Dorf. Ach, wir sind da, sind wir. Okay, von der Brücke. Okay, guckt euch das an. Vielleicht können wir mal hier auf den Felsen gucken. Right, fresh mushroom. Das ist hier. Abandoned Ailing Village. Merkt euch, wenn irgendwie Abandoned steht, dann ist es nie Abandoned. Kleiner Tipp von mir an euch, gratis. Einfach so. Das sind aber viele Grabsteine zum Hoch- bzw. Runterkraxeln. Aber von da käme man wahrscheinlich theoretisch nach ganz unten. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass man wirklich an prominenten Stellen, wo man denkt, hier gibt es jetzt was geiles, immer nur verdammte Cookbooks findet. Wer craftet denn? Also ernsthaft. Ein paar Sachen craftet man vielleicht, aber wirklich nicht viel. Ich habe nie viel. Habt ihr viel gecraftet bei Elden Ring? Ich habe eigentlich nur meine hier, meine Magic Darts ab und zu mal einen Topf gecraftet, wenn ich mal was ausprobieren, wenn ich irgendein Gegner cheesen wollte oder so. Aber so richtig viel gecraftet habe ich nicht. Zumindest nicht so viel, dass ich jetzt sage, oh geil, ein Cookbook jetzt kann ich mir hier... Es ist natürlich, wenn man mit Pfeil und Bogen spielt oder so, vielleicht dann nochmal was anderes, wenn man dann extrem viele Pfeile craftet oder so, aber... Ja, geschmiedet auf jeden Fall, ne? Ich meine gecraftet jetzt wirklich irgendwie irgendwelche Pilzragoos oder sowas. Ist hier noch was? Ist hier nichts mehr. Ich meine, wir haben im Hauptspiel hatten wir Ruinen mit unsichtbarem Boden. Also nicht unsichtbar, mit Durchsichtung, mit Illusionsboden. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also mit einem Boden, der verschwindet, wenn man gegen ihn haut. Gut, insofern muss man hier wirklich immer mit allem rechnen. Man weiß nicht, wo wieder irgendwas versteckt ist. Hier ist ein Bonfire. Hier ist ein Bonfire. Das sind ja auch eklige Viecher. Halb Motte. Halb Skelett oder so. Keine Ahnung. Manchmal denke ich so, vielleicht wäre es besser gewesen. Das soll keine krasse Kritik an FromSoft sein, aber... Oh, how it hurts. From every tip to toe. Oh, help me. The reason I had so was so... Ähm, und zwar, vielleicht hätte man Elden Ring 2 machen sollen. Vielleicht sich lieber noch zwei Jahre Zeit nehmen. Ich weiß, ich hätte auch gelitten ohne irgendwas. Aber vielleicht lieber Elden Ring 2. Anstatt ein DLC. Wisst ihr, was ich meine? Und ich sage euch auch, warum ich das denke. Weil du halt jetzt das Problem hast, dass du schon so viele Waffen und Skills hast. Und irgendwie... Es schwerer ist, dich mit... Wenn du schon alles hast, dann neue Sachen zu erfinden, die nochmal geiler sind. Oder nochmal Sachen zu finden, über die man sich freut. Deshalb nervt es einen. Man findet jetzt hier Runen und man findet hier irgendwie Cookbooks. Und es ist alles so... Ja, brauche ich alles nicht mehr, weil ich schon so krass bin. Weil ich schon dreieinhalb Stunden gespielt habe oder whatever. Und das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn du ein DLC spielst, wo du... Bei einem Spiel wie Witcher oder so ist es nochmal was anderes, weil es auch noch viel Story-lastiger ist. Also, wir wissen alle, Elden Ring hat eine krasse Story und so weiter. Aber da freust du dich vielleicht dann auf die Dialoge und die Zwischensequenzen und das Wiedersehen mit irgendwelchen Quests und so. Aber hier ist es ja wirklich... Auch sehr Loot-abhängig und Progress-abhängig. Und ich weiß nicht, ob es nicht einfach besser gewesen wäre, wenn man nochmal bei Null sozusagen anfängt. Und alles, was man entdeckt, irgendwie neu ist. Und von der Größe her ist es ja auch schon offensichtlich so groß, dass man schon eh nah am Sequel-Bereich ist. Keine Ahnung, nur so ein paar Gedanken. Ich kann auch so damit leben, wie es jetzt ist, aber es gibt ja viele Kritikpunkte, auch offensichtlich am DLC oder auf Steam irgendwie. Keine Ahnung. Wobei, da weiß ich auch nicht... Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass viele Leute, also gerade zum Beispiel dadurch, dass Elden Ring auch auf dem PC parallel erscheint, da sind halt viele PC-Spieler. Und ich bin auch PC-Spieler. Und ich weiß auch, es gibt jetzt nicht den PC-Spieler. Aber ich würde mal sagen, dass viele PC-Spieler jetzt nicht so immer unbedingt oder die, die bei Steam-Rezensionen schreiben, so einen Konsolen-Background haben und vielleicht schon alle Souls-Spiele gespielt haben oder so. Sondern halt... Ja, da andere Sachen erwarten, als vielleicht Konsolenspiele. Der lebt ja noch. Den leben ja beide noch. Robert, Spirit, Ash. Das ist schon mal gut. Also ich glaube einfach, dass Leute... Oder sagen, jetzt muss ich unbedingt an PC-Spieler legen, sondern generell Leute, die noch keine FromSoft... Ich glaube, bei Elden Ring sind einfach viele Leute dabei, die noch keine FromSoft-Spiele davor gespielt haben. Und die sind dann vielleicht so ein bisschen genervt vom Schwierigkeitsgrad im DLC. Während Leute, die schon viele FromSoft-Spiele gespielt haben, inklusive DLC, die wissen natürlich, dass die DLCs immer nochmal eine Schippe drauflegen. Ich wundere mich so sehr über diese Schwierigkeitsgrad-Debatte. Also, ich glaube, ich muss noch nicht auf die Schippe drauflegen. Nee, du musst dich nicht durchcheaten, Nikolai. Ich bin doch auch kein überragender Spieler. Ich bin zwar der Beste. Ailment. Aber das hat ja nicht unbedingt was mit Skill zu tun. Platz 31. Raises resistance of the last. Aber ich glaube, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute einfach dann nicht für das Spielprinzip gemacht sind. Das Spiel soll hart sein. Du sollst 50 Mal sterben. Du sollst nicht den letzten Boss im DLC beim ersten Mal legen können. Wie bei einem Super Mario Bros. Wo du weißt, ich muss jetzt dreimal auf den Kopf hüpfen und dreimal der Kirsche ausweichen oder so. Das soll so sein. Das ist der Sinn des Spiels. Du sollst leiden. Du sollst dich abfacken. Du sollst immer wieder denken, so jetzt packe ich es. Ah, wieder nicht. Jetzt weiß ich es dem. Das ist genau so, wie es sein soll. Es kann natürlich sein, dass dir das keinen Spaß macht. Okay, das ist ja legitim. Das ist ja total subjektiv zu sagen. Okay. Ich habe aber keinen Bock, 50 Mal gegen einen Boss zu capten. Okay. Fair enough. Kann ich total nachvollziehen. Habe ich auch nicht immer. Ich war tausend Mal schon an diesem Punkt. Aber dann ist das Spiel halt vielleicht einfach... Wenn ich sage, ich habe keinen Bock, Auto zu fahren, weil mich das nervt, dass ich immer bremsen muss und Gas geben muss und ein Lenkrad in der Hand halten muss, dann spiele ich ja auch nicht Formel 1. Dann ist es halt nichts für mich. Dann spiele ich halt was anderes. Es gibt 31 Trillionen Spiele. Davon sind 99,9% einsteigerfreundlich und für alle spielbar und mit leichten Bossen und weiß ich nicht was. Es darf doch dann ein Spiel geben, das es ein bisschen anders macht für alle, die da Bock drauf haben. Ich verstehe. Was nicht heißt, dass man die Bosskämpfe nicht kritisieren kann oder nicht sagen kann, der Bosskampf ist scheiße aus Grund XYZ oder der ist unfair oder whatever. Ich will damit nicht jegliche Kritik an irgendwas spielerischem oder Gameplay negieren und sagen, das gibt es nicht. Dann hast du halt Pech gehabt, wenn es nichts... So meine ich das nicht. Ich meine einfach nur so generell, wenn dir Souls-Spiele, wenn du keinen Bock hast, dich da reinzuarbeiten, sage ich mal. Wenn ich jetzt League of Legends anfangen würde, dann müsste ich mich auch reinarbeiten, sonst hätte ich keinen Erfolg in dem Spiel. Oder wenn ich auf einen Call of Duty Server gehe oder Street Fighter oder whatever. In manche Spiele muss man sich halt reinbeißen. Und die Souls-Spiele sind in der Regel solche Spiele. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gemacht. Allerdings, vielleicht kann man da nochmal gucken. Und ich kann ja nur sagen, ich bin jetzt nicht der Tryhard. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich mache das hier nackt Level 1, No-Hit mit der Keule. Sondern ich nutze natürlich auch die Möglichkeiten, die das Spiel mir bietet, um mir das Spiel möglichst angenehm zu machen. Bis zu einem Grad, wo ich sage, nö, das fühlt sich dann nicht... Also, zum Beispiel mit den Geisteraschen, da bin ich immer so hin und her gerissen. Weil einerseits können die so hilfreich sein, dass sie tatsächlich den Spaß an einem Bosskampf nehmen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ein geiles neues Feature in Elden Ring. Was ich auch gerne benutze und mir auch gerne angucke, wie sich es dann halt spielt, wenn du da so ein... Äh, weiß ich nicht... Irgendein... Ähm... Vieh callst und guckst, wie es an deiner Seite kämpft. Kämpft. Und in Demon's Souls, noch ganz früher auf der Playstation 3 und so, wie geil war das, da Koop zu zocken, gemeinsam einen Bossplatz zu machen. Das waren richtig geile Experiences. Also da wäre keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, oh, ist das Lame, du hast mit einem Kumpel den Boss besiegt. Sondern ich weiß noch, wie ich den, äh, die Story habe ich auch schon tausendmal erzählt, wie ich mit Colin den ersten Boss in Demon's Souls gelegt habe. Und da, wo man mit dem Aufzug hochfährt und Colin zu schnell in den Aufzug gestiegen ist und schon oben beim Boss war und ich war noch unten und ich war noch gar nicht im Aufzug. Und Colin hat schon den Knopf gedrückt und fährt dann hoch. Und man fährt hoch, nicht den ersten Boss, den letzten Boss meine ich, bei den allerletzten Boss von Demon's Souls, wie heißt der, den Old King glaube ich, fährst du so mit dem Aufzug hoch in den letzten Bossraum. Letzter Boss, wie gesagt, hier habe ich versprochen, letzter Boss. False King, glaube ich, False King, Old King, False King. Und da fährst du mit dem Aufzug hoch und Colin war im Aufzug drin, ich habe noch irgendwie Equipment gecheckt und so weiter und Colin aus irgendeinem Grund ist auf die Tast gekommen und der Aufzug fährt hoch. Und wenn der Aufzug oben angekommen ist, dann triggerst du quasi den Bossfight. Und ich war aber noch nicht dabei und ich war mit Colin damals per Skype verbunden, weil man konnte nicht über Ingame, das hat FromSoft extra verhindert, weil die wollten nicht, dass man, wenn man Koop spielt, kommunizieren kann. Zumindest nicht in der klassischen Form. Und dann haben wir per Skype telefoniert und Colin so, nein, ich bin oben. Ich so, Colin, wieso fährst du ohne mich schon hoch, wieso fährst du nicht hier, wieso fährst du schon hoch, warte doch auf mich. Und diese Aufzugsfahrt dauert bestimmt zwei Minuten oder eine Minute, also auf jeden Fall ewig lang kommt es einem vor, wie dieser Aufzug da hochfährt. Weil der so langsam auch fährt, das ist gar nicht mal so hoch, aber der Aufzug fährt so langsam hoch. Klang, 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 klang. Und dann musste der Aufzug ja erstmal wieder runter zu mir und ich rein, Knopf hoch und dann wieder hoch. Klang, 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 klang. Und kaum komme ich oben an und der Boss hat ja so eine Attacke, wo er so in den Boden irgendwie haut und dann macht er so eine Bodenwelle, die einen One-hitten kann. Und kaum, ich komme, ich so, Colin, ich komme, ich komme, das klingt komisch, ich helfe dir, ich bin gleich bei dir. Und dann komme ich da hoch, die Tür geht auch auf und genau in dem Moment kommt der Boss, beziehungsweise hat schon Colin quasi getötet, hat das Schwert im Boden, zieht das Schwert raus. Meine Aufzugstür geht auf, ich komme raus, kriege diese Welle ab, bin instant tot. Beide gewiped. Und damals war das noch nicht so, dass ein Bonfire direkt vom Boss war, sondern das hieß, zum einen musstest du dich erst wieder finden im Spiel, also wieder Koop-mäßig zusammenfinden, was ein bisschen nervig war und dann musst du den ganzen Weg da wieder hingehen. Das war so krass. Und als wir ihn dann gelegt haben, was haben wir uns gefreut, ey. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, oh, voll scheiße, voll lame, einen Boss zu zweit zu machen. Das war einfach part of the experience, das war einfach mega. Das war wirklich einfach cool. Eine ganz geile Gaming-Erinnerung oder Erfahrung in meinem Gaming-Journal. So, da unten waren wir drinnen. Ja, aber wo ist denn jetzt hier das? Was ist das? Links. Links. Technik. Aha. Okay. Also diese Reichweite von diesem Wurfmetern ist ja echt frau. Grave Bird Armor. A stone above the tinge of green, one of the viscous image of Grave Bird Armor. Okay. 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 What? Okay. Ist doch irgendwas, wo man runter kann, ne? Manchmal, da vorne sehen wir diese Grabsteine direkt über meinem Kopf, manchmal gucken die so unten aus einer Wand raus und dann kann man da runter kraxeln, aber ich glaube, das geht hier nicht. Ich sehe nirgends solche Dinge. Ich glaube, wir müssen uns langsam für einen Weg entscheiden. Gut, also ich glaube, wir haben hier ganz gut alles abgegrast, so richtig sicher fühlt man sich irgendwie nie. Man denkt immer, vielleicht ist da doch noch irgendwo irgendwas, was ich übersehen habe, aber ich glaube, sieht ganz gut aus. So, jetzt müssen wir uns langsam entscheiden, wo wir lang wollen. Uh, was ist denn das? Was schimmert da so? Lavalteer, das ist ja lustig. Zum Umskillen. Oh, nice. Ey, kann das sein, dass es das nur im Dunkeln gibt? Das hat so... Geschimmert da mit den Grabsteinen. Das wäre geil. Items, die es nur im Dunkeln gibt. Das würde ich ja richtig feiern. Das würde ja bedeuten, man muss wirklich überall nochmal im Dunkeln hin. Oder bei Nacht. Um diese Flecken zu finden, wer weiß. Allein, also Lavalteer ist schon ein geiles, äh, Item. Was haben wir hier? Furnace Visage. Exceedingly rare to find material used for crafting items. Small imitation of the first gold's visage. Rear for use, exceedingly rare to find material used for crafting items. A stone mass or felder. Okay, aber was genau? Hefty Furnace Pot. Hefty Fire Pot. Ah, Hefty Furnace Pot. Throw that enemies to create a whirlwind of flame. Ember of Mesmer. Okay, das scheint starke Pötte zu sein, würde ich mal sagen. When Impurity is thus expunged. Mal seht ihr die kleinen Hände, die da noch so oben in dieses Feuer greifen. Das ist schon geil. Ja, okay, jetzt gibt's wieder dieses Argument mit Behinderungen. Wenn jemand Behinderungen hat, dass er dann X oder Y nicht spielen kann. Ey, da, ganz ehrlich, Leute, das ist für mich ein Totschlagargument. Weil der Logik nach kannst du halt immer argumentieren, wenn einer irgendeine krasse Behinderung hat, dass er irgendwas nicht kann. Aber ich finde, du kannst jetzt nicht Videospiele für den absoluten Ausnahmefall. Und so leid es mir tut, die meisten Menschen haben halt doch zwei Hände oder weiß ich nicht was oder können hören. Also den absoluten Ausnahmefall dafür programmieren. Also das kann man ja nun wirklich, das kannst du ja auch bei, du kannst wahrscheinlich auch, wenn du, weiß ich nicht, was auch immer für eine Behinderung man dann halt hat, dann kannst du unzählige Spiele nicht spielen. Geschicklichkeitsspiele sind dann vielleicht sogar noch viel schwieriger als, äh, weiß ich nicht was. Also so ein bisschen der Anspruch an ein Videospiel zu haben. Dass auch Leute mit schwerer Behinderung eine Chance haben müssen. Weiß ich nicht, finde ich, das kann man einem Spiel nicht wirklich vorwerfen. Tue ich mich schwer mit. So leid mir das dann tut für die Leute, dass sie das dann halt nicht spielen können in der Form, aber... Da ist nix mehr gewesen jetzt, ne? Also wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Wir können jetzt mal hier in die Burg reingehen. Hier links war ich ja schon in dem Fog Canyon, weil wir kommen jetzt auch nicht mehr wirklich weiter, meine ich, in den Standard, ähm, über den Standardweg. Auch wenn es hier auf der Map so aussieht, dass... Aber hier kam man nicht runter, meine ich. Hier kam man nicht runter. Also es gibt die Möglichkeit jetzt hier an der Kreuzung hier links hoch, wahrscheinlich zu einem Legacy Dungeon. Hier rechts hoch in diese Burg könnte auch ein Legacy Dungeon sein. Das weiß ich gerade gar nicht, was das hier ist. War ich hier schon? Hier oben? Da war ich. Ey, ich muss noch, sorry Leute, ich muss es noch einmal checken, damit ich es wirklich nicht verpeile. Diese Linie hier, diese rote Linie, die schließt ja auch fast direkt hier an diesem Weg an. Ich muss die nochmal abchecken, nicht, dass ich da doch einen Weg übersehen habe. Man kann ja im Main Game, in Limgrave theoretisch auch, ohne gegen Morgoth gekämpft zu haben, nach Ljurnia. Also insofern muss ich das einfach noch einmal checken jetzt. Oh, Invasion? Ne, ich dachte schon, ich konnte die Map nicht. Ne, dann wäre ich ja auf dem Pferdchen. So, wo ist diese rote Linie? Ja, hier. Ne. Sorry, aber ne. Also hier geht es definitiv nicht runter. Oh, Alter, was habe ich denn da gerade gesehen? Ist das ein Drachenschwanz? Ne. Nur ein Baum. Okay, also von hier kommen wir nicht nach unten. Von da kommen wir nach unten, aber von hier kommen wir nicht nach unten. Ich muss das nochmal abchecken, um sicher zu gehen. Also, was machen wir jetzt? Gehen wir hier hin? Oder gehen wir da hin? Ich glaube, ich gehe mal hier. Weil ich da schon ein bisschen mehr erforscht habe. Ey, und ganz ehrlich, ich weiß, es gibt auf jeden Fall nervige Elden Ring Gamekeeper. Aber ich selbst wurde ja so krass gedisst und kritisiert und weiß ich nicht was beleidigt, weil ich mir im Internet es gewagt habe, ein Meta-Bild anzugucken. Was heißt Meta-Bild? Einfach ein Tipp für einen guten Bild. Und weil ich Spirit Ashes benutzt habe, also Geister Aschen. Und die Leute sind teilweise komplett, ich gucke dich nicht mehr und weiß nicht was. Also es war komplett crazy. Ich kenne diese, die nehmen einem wirklich den Spaß im Spiel, wenn man sie lässt. Alter, kann ich da runter? Nope. Aber ich würde mir niemals von solchen Leuten ein Spiel wegnehmen lassen, das mir eigentlich gefällt. Also wenn mir ein Spiel Bock macht, dann spiele ich das. Dann ist mir doch scheißegal, ob irgendjemand in der Community oder im Chat oder whatever. Mir das Spiel malig, also so viel Macht darf man doch Menschen gar nicht geben, dass sie durch ihre Art dafür sorgen, dass man was nicht mehr zockt. Also das wäre ja absolut traurig, wenn man sagt, ich zocke einen Elden Ring nicht, weil es so viele Tryhards gibt oder so viele Leute, die da irgendwie... Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja... Das wäre ja richtig traurig. Das wäre ja richtig traurig. Also klar nervt einen das und so und natürlich kann... Kann einen das auch mal, weiß ich nicht, dafür sorgen, dass man auf irgendwas keinen Bock hat oder so. Aber ich würde das nicht so nah anbekommen lassen, ehrlich gesagt. Außerdem gibt es auch sehr viel geilen Scheiß, gerade aus der Souls-Community und so viele gute Streamer und Streamerinnen und Content-Creator und Leute, die coole Inhalte machen oder helfen oder so. Oha, was habe ich da entdeckt? Einen alternativen Eingang ins Schloss? Was macht der nochmal? Magic Damage. Verteidigung gegen Magic Damage. Joa, kann hilfreich sein. In spezifischen Fällen. Ganz da unten liegt ein Item. Verteidigung gegen Magic Damage. Ich hab gar nicht gegen die... Nein! Ja... Weißt du, ich kann einen Drachen töten, aber kann ich über eine Klippe springen. Über eine Spalte, möchte ich fast sagen. Egal, wir gehen rein. Ey Leute, wie geil ist das? Jetzt hier schön Elden Ring zocken. Ihr glotzt ein bisschen, chillt ein bisschen, genießt euren Sonntag. Und dann ist heute auch noch ein Deutschlandspiel bei der EM. Wie gut ist dieser Sonntag bitte? Oder? Einfach nur geil, geiler Sonntag. Muss man auch mal... Alter, was bist du denn? Du bewachst also diese Burg hier. Ja? Geil, der aussieht, ey. Leicht erschöpft. Von den vielen Leuten, die er schon... Wir Contagern ist ein wenig... ...und einmal klappen. Ja? Was ist denn der erste Teil? Ich bin nicht so... Nein! Taas zu bingehen. Bauch! Wir müssen die Wache sein! Wir müssen die Wache des Wachstums! ... und die Wache sind! Wow. Alter wie geil ist dieses Backblade Oder sagen wir Blindspot Zomba Smithing Stone 9 Absolut insane die Waffe Mit ihrem Ausweichschritt Es sieht einfach so edel aus Wenn man So vorbei wischt und dann An Gegner killt Absolut epische Waffe Nee Runen zurückholen kein Thema Brauch ich nicht Wenn ich Runen brauche kann ich sie immer Am Farmspot mir holen Runen sind tatsächlich für mich stand jetzt völlig uninteressant geworden Das muss man leider sagen Ein bisschen schade Wahrscheinlich hätte Frommsoft niemals den Farmspot Da machen sollen Aber auf der anderen Seite Das ist halt auch wieder Eine Möglichkeit um sich das Spiel leichter zu machen Also insofern Das hat immer Vor und Nachteile Aber Ich kann halt innerhalb von einer Minute 200.000 Seelen farmen Das macht dadurch das Rückholen von welcher Größe an Seelen Auch immer ein bisschen Obsolet Aber hier geil Guck mal die Aufgespießten Von Mesmer dem Impaler Hier sind sie alle noch Brennend Aufgespießte Frommsoft wollte bestimmt nicht Dass man das macht Doch die wollten 100% Das haben sie es ja dahin gemacht 100% wollten sie das 100% wollten sie das 100% wollten sie das So krass rein Oh ok Ach du scheiße Wie viel sind wir jetzt hier plötzlich gelandet Junge Ok Nein Der Klassiker Nein 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 Klassiker Lensis. Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben doch was Neues gekriegt. Was war das? Demi-Human-FP kost 129. Doch, den kann ich sammeln. Was ist denn? 129, wenn wir sehen was der kann. Oh! Ja, Memo an mich selbst. Ausweichschritt auf einer Treppe über einer Schlucht nicht mehr benutzen. Wie geil war das denn? Okay, wir bonken uns durch. Jesus, war das dumm. Hehehehe. Wenn great skill goes wrong. Oh, das ist ein bisschen? So, während ich hier zum fünften Mal die Treppe hochlaufe, völlig unmotiviert, schreibt mal eure Tipps fürs Spiel später in den Chat. Und liebe Schweizer, was denkt ihr denn eigentlich? Dieser dumme... Okay. Wow. Junge! 1-1 Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht nur ein Unentschieden spielen heute. Aber das klingt schon so arrogant, wenn man sagt, wir spielen nur ein Unentschieden. Ähm, wenn wir nicht vor allzu langer Zeit immer froh sein können. Ah, was machen wir denn geiles? Ich habe so viele geile Waffen, dass ich manchmal nicht weiß, wie ich die Gegner zerstören soll. Ah, was sehen wir da? Es wird wahrscheinlich... Wann wird es Viertelfinale Spanien? Könnte es sein, ne? Für uns. Es könnte schon das Aus im Viertelfinale sein. Was eigentlich ein vorgezogenes Finale wäre. Ein bisschen schade. Das ist ein Felsspalt. Ja, Spanier könnten tatsächlich auch genau das Antidote sein für unsere Spielweise irgendwie. Es wäre echt schade, wenn dann im Viertelfinale schon alles vorbei wäre. schon wieder so ein Cookbook. Magic Grease. Boah, wie lang brauchst du, Boy? auch zu lange zum Ausdrucken. Ja, ich sage 3-1. Ich tippe heute 3-1. Wobei, schießen die Schweizer ein Tor gegen uns? Ich sage 3-0, komm. Let the Hype continue. Wo sind's böse? 3-0, sag ich auch, Boy. 3-0, komm. Let's do it 3-0. Wenn wir im Viertelfinale ausscheiden wegen Spanien, dann lass uns doch jetzt noch möglichst viel Spaß haben. Okay, da ist nix mehr. Old. Ihr wollt mich wohl zerwaschen, ey. Mehr ist hier nicht. Das ist ja schon fast frech. Ernsthaft? Das kann ja auch nicht mal hier. Wenn wir vielleicht hier ein Riechen machen. Aha, siehste. Keine geilen Items für mich. Sedge. Ja, ich glaube, CodeNate, viele Leute hatten ihre Probleme mit der Nationalmannschaft. My Lady. Es gab ja auch wenig Grund zur Euphorie in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren. Da hat man ja beim DFB und bei der Nationalmannschaft fast alles dafür getan, dass man wirklich komplett das Interesse verloren hat. Manche Sachen nachvollziehbar, manche nicht. Manche vielleicht auch unverschuldet, aber insgesamt spürt man jetzt doch schon einen deutlich anderen Weich. Keine Ahnung. Aber machen wir uns nix vor, es ist auch immer erfolgsabhängig. Wenn jetzt die neue Mannschaft um, also die neue Mannschaft, so neu ist die auch wieder nicht, aber wenn jetzt die Mannschaft um Julian Nagelsmann da im ersten Spiel 4-0 verloren hätte und mehr oder weniger die EM schon gelaufen wäre, dann wäre jetzt würde sich auch glaube ich keine allzu große Euphorie einstellen. Also es ist immer am wichtigsten ist auf dem Platz, Leute. Ach ja, die Waffe wollte ich mir noch abchecken, die neue. My Lady muss ich. Leichtes Großschwert? A light greatsword. That is, a sword whose blade matches the length of the greatsword while being constrained to a minimal weight, nicknamed after ladies of noble status for its refined appearance. With cultivated form, one can wield this weapon as swiftly as one might a straightsword. Impaling thrust. best. Das gucken wir uns wohl mal genauer an. Schön lang, ja, I like. Move set ist nicht schlecht, aber auch nicht ultra schnell. Also die ersten zwei Schläge kommen schnell, obwohl, vergleicht mal. nicht so viel schneller. Ein bisschen. Okay, R2 aufgeladen, macht einen Doppelschlag, ganz geil. Testen wir es zweihändig. Okay, ist ganz geil. Stich mit Instant, ah, das mag ich wie die Float, die Waffe. wieder mit von einer Stance in die andere wechselt. Das gefällt mir. Das ist schon ganz geil, ist wie ein Laserschwer. Gefällt mir, das Moveset gefällt mir. Sehr gut, Leute. Scheiße, ich muss über ein paar Waffen upgraden. Oh. Das hat Damage, die ist geil, die Waffe, oder? Kann das sein, dass die richtig gut ist? Running R2 ist Double Sledge. Das hat die gefällt mir mega gefällt mir sogar vom moveset fast noch besser als das great katana also das ist eine geile waffe die werde ich gleich hochkrabbeln beim nächsten bonfire no doubt no doubt i like this weapon it's a great weapon makes a lot of damage dammash 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 castle cross message half words i abandon here the flesh of my body message left by needle knight leder leder addressed to kindred spirits was pursue michela's trail kind michela seeks the tower sealed by shadow and the gate of divinity found here if we are to reach him we must burn the tree that seals the path for that we require scarlet tree sehr gut das ist wichtig ne für stärker werden im dlc das brauchen wir ganz viele davon diese rivered spirit ashes die sind wirklich nur um die spirit ashes stärker zu machen ne wenn man quasi ohne spirit ashes spielt dann sind die leider absolute 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 obsolete so was habe ich gesagt genau wir wollten ja ich habe noch nicht genug seelen zum kompletten upgraden wir müssen kurz farben wir müssen kurz farben ok was machen wir hier was machen wir hier wir machen schon erst so kurz ein bisschen seelen sammeln kurz 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 Grüezi, Architekt! Völlig immer diese Waffe, aber das ist ja auch die allerletzte Waffe, erst im Run. So. Der eine links hat immer Glück, der wird nicht erwischt. Der denkt sich auch noch, wenn ich ganz ruhig bin, dann komme ich hier komplett durch die Nummer durch. Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? My lady. My lady? My lady! My lady. 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 Okay. Okay. Kleiner Spaß. Ab und zu mal ein kleiner... Bisschen Spaß muss sein, ne? So, hier. Strengthen Armament. My lady. 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 Meine. Meine, die keine außer den letzten, habe ich schon hier, zum Kauf, ready. Und kann jetzt hier einfach sagen, wir kaufen jetzt einfach mal 60 von denen. ist noch irgendwo easy schön steinchen kaufen damit man auch immer schön die waffe upgraden kann habe ich eventuell zu viele gekauft um noch geld zu haben zum upgraden vielleicht war es ein bisschen übertriebe jetzt ich weiß auch nicht und dann ballern mir die hier rein 18 21 aber da und seelen ja gemeinhin wie wir wissen nicht mehr so wichtig sind können wir hier auch einfach hooten wir wissen es mal hier was poppen und dann geht es direkt weiter 22 23 24 machen wir die 25 ich weiß es nicht ich weiß es nicht das ist eine Dexwaffe ist noch eine Dexwaffe äh schweißen schweißen sch finde ich als hesse Badesalz lustig absolut ich bin mit Badesalz groß geworden ich konnte früher jeden einzelnen sketch von denen auswendig ich kann 8 Waffen kann ich bislang auf 25 machen ist das eine davon chat 1 auf max level oder 2 lieber die 8 steine noch aufbewahren wer weiß was noch kommt 2 1 2 1 2 2 4 4 4 5 6 oh ich benutze viele 24er Waffen na komm wir haben 8 vielleicht finden wir sogar noch welche ich mag die schon sehr aber ich habe auch noch ein paar andere Waffen die ich auf 25 machen muss also ich mache das jetzt so zack die Doppel äh die Backblade Klinge habe ich zum Beispiel noch nicht auf 25 wo ich die die ganze Zeit spiele hier die habe ich auf doch die habe ich auf 25 ne die habe ich auf 24 was ich habe das ist Was machen wir denn für eine Ash of War drauf? Was haben wir denn? Was hat die denn eigentlich standardmäßig? Impaling Thrust? Okay, aber wie können wir ja trotzdem infusen? Was ist das? Assassin's Camp? Hä, wo ist das denn? Horse Frost Stone? Impaling Thrust? Was wäre denn gut für so eine Waffe? Impaling Thrust brauchen wir nicht bei der R2 Attacke, die die hat. Vielleicht... Irgendwas... Aspects of the Cruiser... 201... 230... 520... 520... 520... 520... 560 61 Crackplate habe ich nur, müsste ich klonen, könnte ich natürlich machen Will ich die buffen? Ich finde ja Buffs immer so ein bisschen langweilig. Ich mag ja lieber wenn ich noch eine weitere taktische Option habe 370 370 Bloody Slash 370 370 370 370 370 470 470 470 470 470 570 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 670 670 570 670 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 770 770 770 770 870 870 870 Wie es auch in jeder Burg in Eldring immer einen feinen hintereingang gibt der nicht bewacht ist. Da haben wir immer ein bisschen Glück gehabt. Das Moveset ist schon feist, wie Pepper sagen würde. Papa? Nein. Pepper. Mein ehemaliger Pepper. Giga Games Leute kennen. Oder GameOne.de Leute. Die GameOne Leute? Ah. Diese Hebel kennen wir doch. Die machen doch was. Aber was? Wahrscheinlich kommt mir hier irgendwas Böses entgegen. Okay, wir sind alle krass. Ist das richtig? Aber ich bin krass. Ihr habt vielleicht Bass, aber wir haben besser. Ja. Ha 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 ha. Oh leh 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 leh. Ich meine, wir sind nicht mehr. Ich bin da, sondern es ist ein bisschen ein, oder? Ich bin hier. Das war die Lage. Ich bin hier. Ach. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, ok, da waren wir eben. Auf der anderen Seite ist der Hebel wahrscheinlich fest. Shortcut, nice, nice, nice. This is a bonfire, this is a Eingang to the, to the Burg, to the Castle Burg. Und dann wir sind in die Karsel. Karsel Greyskull. Mochte ich damals die hippen Hopper aus Hamburg, fragt hier WowWow82? Ja, durchaus. Also Sammy Deluxe fand ich schon immer ganz nice. Und absolute Beginner fand ich eigentlich auch ganz cool. Ach, ich hab so Kopfschmerzen von meiner Allergie, Leute. Ach, wie nun das war. Das Schwert macht nicht allzu viel Damage, muss man sagen. Liegt natürlich auch so ein bisschen an der Skillung. Und es ist halt... Ja, kann ich alles sagen. Lol, wie Neuigen seid ihr denn bitte? Da muss ich wohl mal hochkommen und nach dem Rechten sehen. Ja, fettes Brot auch. So ganz nett. Aber jetzt nie so richtig gefeiert. Es gab schon so ein paar Songs, die ich irgendwie ganz lustig fand. Jein, natürlich. Classical. Ach, ich war jetzt nicht der Überfan. Aber auch kein Hater. Also man braucht schon viele Schläge mit dem Schwert. No doubt. No doubt. Hurs Momente Verbias unsere den Hott0p0p0d0p0k0d0p0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h1h0h0h0h0h0h1h0 Não, haine r Admissions Electrician fragt ob es sich lohnt wenn man noch nie ein Souls Spiel gezockt hat damit anzufangen aber 100% es ist nie zu spät das Licht zu sehen mein Jünger es ist nie zu spät durchs Licht zu gehen komme auch du und sieh der Wahrheit ins Auge doch sei bereit die Welt wie du sie kanntest wird nie mehr die gleiche sein bloß ein Abbild von schönen Erinnerungen Moon Ritheral Moon Ritheral ich hab das Gefühl du bewachst was was mir gehört oh falsche Trank scheiße wieder mal Kampf verloren nur weil ich falsch gedrankt hab ja wie oft mir es einfach passiert dass ich nicht meinen Estus ausgebüßt immer passiert mir das immer und immer wieder ich könnte fast von Versagen reden weil ich kann es nicht mehr immer noch ich kann es nicht mehr und ich kann es nicht mehr schaue das ist ein das ist schaue wieder unnötig Flasts am verlieren tun sein Digga ey wie viel ich hier einstecke das ist so lächerlich 4 Flasts was soll denn das völlig mutig ja wer du hast die Gassel ist aber offensichtlich und den letzten schaust du doch alte Gigafolgen auf YouTube nee es sei denn ich reakte dazu hier im Stream aber wieso sollte ich mir denn alte Gigafolgen von mir angucken wer will erzählen wie man aussah als mein Joghurt knackig war it's not alright but it's okay wie dumm man sie ich weiß dass der Hund ich weiß dass der Hund das ist übrigens eine ziemlich nice attack diese diese Blackpacks Was ist das? Okay, das ist wirklich schlecht. Kommt man nicht mehr so leicht raus. Oh shit, ich hab kein Mana mehr gehabt. Boi. Ich auch. Okay, jetzt sind wir quitt. Nee. The fuck? Er hat sich geduckt? Zu arrogant. Ja, war ein bisschen arrogant. Ja und? Alter, ist die Waffe geil einfach, Leute. Ich muss nur ein bisschen aufs Mana achten. Aus der Luft! Ja, bist du Wolf Jordan oder was? Bro, ey. So, it's without arrogance. Just both. Ah, den Trigger wollte ich noch. Nichts mehr in der Flash, mein Freund. Nichts mehr in der Pulle. Moon Rithral Susi Rithals Night Sword. Moon Rithral Rithals Night Sword. Alter, was? Hat mich denn hier gedrückt? Der Typ da hinten? Ja, alles klar. Right. Darf ich vielleicht einfach mal die Waffe in Ruhe testen? Wieso ist die denn? 18. Ein Int? Ein Int-Spert? Alter, wie erneuend kann man sein. Tremendous Feind. We've got better. America. May back. Embrace your child. And give us a sign. How long must this holy war stretch on? Relanas came you? What is it? Enhance's attacks executed after maintaining the same stance for a while. Klingt fast so, als ob das für das große Katana ist. Okay. Uh. Wie denn? Nix. Alter, wie nervig die sind, oder? Was? Wieso sehr der Typ ist jetzt doch da runter. Verdammt! So, das war mir wichtig. Item. Don't try this at home, kids. I'm a trained professional. Let's go. Schon wieder so ein Sniper. Let's go. Das liebe ich ja so bei Souls spielen. Auf den Dächern so rum. Das hat auch schon Tradition. War ich da schon? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Ach! Ist ja fast runter gefallen. Da war ich noch nicht, weil da ein Item liegt. Allerdings. Wie kommt man dann wieder hier hoch? Gar nicht wahrscheinlich. Da ist ja Checking Asker hier oben ab. Da war der Typ denn. Hm. Da kommt man angeblich nicht durch. Okay. Glint Blade Trio. Ah, das ist interessant. Die schießen die Strahlen verzögert. Und dreifach. Das ist ganz nett. Wenn man Mage ist. Keine Ahnung von Souls. Wolfcrest Shield. Das ist doch mal was solides. Gott, das ist 54. 63 gegen Magic. Äh. Kluschen für schön. So. So. Waren wir hier schon? Ne. Das war das, wo ich gefragt hab, gell? Freilich. Das ist... Ach, hier ging's noch ohne. Das ist mir ja freilich. Ein bisschen entgangen, gell? Ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Was? Aber das ist nur, weil alles so gleich aussieht. Aber das ist nur, weil alles so gleich aussieht. Ja. Ich schick euch was runter. Au, ich schweilte. Das sind da viele. Oh! Ah! 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 wie Obelix in die Römer. So Leute, das war's für heute. Es tut mir so leid, aber jetzt ist Fußballzeit. Fusi! Jetzt gibt's auch noch schön ein bisschen Fußball. Wie gut ist denn das? Das ist wirklich sehr gut. Aber wir haben wieder Progress gemacht. Wir sind in unserem ersten, ich glaube, Legacy Dungeon. Und neue Waffen hochgelevelt und schön, 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 schön. Alles geil, alles super. Bleibt mir nur noch eigentlich zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.